Wir stoßen auf Widerstand! Im Vergleich zu dem, was im Weißen Haus geschah, war das auf der Straße einer Party. Nicht Black Arrow, sondern Reeds Leute waren darin. Sie durchkimmten Raum für Raum. Reed hatte einen Großteil der Sicherheitssysteme von Third Eccalon ausschalten lassen. Der EMP-Impuls erledigte den Rest. Der Präsidentin blieb nur der Secret Service. Der genügte nicht. Sam kämpfte sich durchs Weiße Haus vor, während die Leute, die er ausgebildet hatte, versuchten ihn umzulegen. Grimm, naja, sie übernahm den schwierigeren Teil. Wir haben ein paar Jahre, wie hier ihr ihn empfiegt. Wie ist die Hilfe? Wie ist das? Schauen Sie sich nicht in eine Pause? Ich bin ein paar Jahre. Ich bin ein paar Geschichten, die die equality in Deutschland verliehen. Ich bin ein paar Jahre, die wir ihn empfiegt. Ich bin ein paar Jahre. Verdammt! Bitte! Bitte holt Verstärkung! Das ergibt keinen Sinn. Was ist die Operation? Unsere Befehle. Was schreiben wir hier? Wir gehören doch zum Team, das das Teamobjekt erledigen soll. Der Befehl kommt von unserer unterkühlten Eisprinzessin. Und die ist die rechte Hand vom Boss. Wenn die sowas sagt, kommt es von ganz oben. Scheiße! Oh ja. Sam, uns bietet sich hier eine Gelegenheit. Reed hat Vizepräsident Samson samt Wache in den Ballsaal geschickt. Er wartet dort darauf, als nächster Präsident vorgestellt zu werden. Das liegt auf meinem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Presseraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. Nicht schießen! Bitte! Nicht schießen! Melde zwei zu gehen. Kein Überlebenden. Seht nach, ob hier noch jemand ist. Das ist nicht. Was? Gibt jemand das Ziel? Asmodezels can be translated into a spreading volume. Such weiter. Unser Gegner ist immer noch hier. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Weinen und... Es gibt hier immer noch Feindaktivitäten. Suche fortsetzen. Has been called on. Sie ist noch immer nicht... Oh, die Zielparton ist noch hier. Oh, scheiße. Ich glaube, da ist unsere Zielparton. Sie bekämpfen, sie sichere dich. Drücke jetzt vor. Ihr rührt sich nicht. Vielleicht ist der längst tot. Ich benötige sofort Verstärkung. Keine... Das Ziel ist im Schleifesaal. Aber das Ziel nicht in Sicht. Schickt umgehend Verstärkung hin. Nicht zappeln. Das tut auch weh. Verdammt! Das probiere ich lieber nicht nochmal. Wahrscheinlich. Das ist ja noch nicht. Verdammt! Was hat Reed sich nur dabei gedacht? Was wäre gewesen, wenn ich mir einen Querschläger eingefangen hätte? Herr Vizepräsident, das ist doch sicher. Schüttet ihn! Hat schon scheiße von meinen Schuhen gekratzt, die schlauer war als sie. Sie sind drin. Gut. Sie kapieren es einfach nicht, was? Sie können mir nichts anhaben. Ich werde geschützt. Sie können mir nichts anhaben. Was immer sie abgehalfterte Karikatur eines Spions. Ach, auch Vorhaben. Vergessen Sie es. Ich werde geschützt. Ich bin unertastbar. Ach, wirklich? Ah! Sie haben mich angeschossen! Ich glaube, das ist unantastbar. Können Sie getrost streichen. Tut das weh! Mieses Schwein! Achtung! Zielpersonen gesichtet! Fertig machen! Wir gehen rein! Los, los! Fertig machen! Ich bin in Position. Oh, shit! Ich kann nicht antragen, Ziel ist für Dreck. Hier, bis jetzt hier! Auf die Rette! Kein Ziel, wieder vorne, kein Ziel! Halt ab! Fischer, Kontakt! Keine Spur, verfallen! Kontakt, Kontakt! Komm auf! Ex-Kerl! Als Grimm Sam erreichte, waren Reeds Männer bereits dabei, die Tür vom Oval Office einzutreten. Sie war dort und musste mit ansehen, wie die Sicherheitsbeamten der Präsidentin reihenweise ausgeschaltet wurden. Geplant war, dass Sam sich mit Grimm im Presseraum treffen würde. Dort wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen. Natürlich hatte Grimm sich bereits einen Plan zurechtgelegt. Sie hatte Sam nichts davon erzählt, was nicht weiter verwunderlich war. Aber manche Dinge ändern sich einfach nicht. Und bereit? Klar, und du? Na sicher. Wir könnten diese Position gegen mehr als nur einen Kerl verteidigen. Ist ein Engpass. Und es wird nur einer kommen. Da! Feind gesichtet! Nun! Unter kau DJ SEGE Wir machen! OOL Wir sean auch Sr fort einmal. Wir machen uns cùng mit einem Glauben zukünftiger. Oh! Bitte... ...hef... Messer wir in den Kopf. Maria, wir sind bald. Seite! Wirot nur lên! Bist du ein wenig? Das Spiel ist aus, Fischer. Halt still, tut nicht so weh. Lauf mal da vorweg. Das probiere ich lieber nicht nochmal. Es wird eng, Sam. Wo bist du? Ganz nah. Nicht nah genug. Reed klopft bereits an die Türen des Oval Office. Die Türen des Oval Office und die Türen des Oval Office Auf mein Signal schalten wir Ihre Leute aus. Auf mein Signal schalten wir die Leute aus. Schatz! Falls das noch zählt, Sam, tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen. Und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Tom, ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Bequem? Ach, Mist! Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. All die Jahre hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fischer. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären Sie von zwei Zirkus-Clowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre beschützt hast, Sam. Alles okay mit ihm? Ja, mir geht's gut. Danke. Du Verdammter! Das war ganz schön knapp. Du hast etwa zwei Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich rumgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Ich weiß nicht, meine Tochter in den Dreck zu ziehen. Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lembert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein! Hast mich drei Jahre meines Lebens gekostet. Drei Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir Sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen. Davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir.